Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Arbeitsspeicher. Der Qualitätssieger in unserem Arbeitsspeichertest geht an den Corsair Vengeance RGB Pro. Der übertaktete Corsair Vengeance RGB Pro Series DDR4 Speicher erhält Ihren PC mit beeindruckender dynamischer Multizone RGB Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4 Leistung. Die Leistungsstärke Corsair IQ Software erweckt Ihr System zum Leben durch dynamische RGB Beleuchtungssteuerung, die sich mit allen Ihren IQ kompatiblen Produkten, darunter Speicher, Lüfter, RGB LED Lichtstreifen, Tastaturen und mehr, synchronisieren lässt. Passen Sie dutzende vorreingestellter Beleuchtungsprofile an, experimentieren Sie mit einer riesigen Auswahl aus vom Benutzer einstellbaren Farben und stimmen Sie die LED Helligkeit perfekt auf Ihr System ab. Für Spitzenleistung auf den neuesten Intel und AMD DDR4 Mainboards optimiert. Kommt ohne zusätzliche Kabel und Leitungen aus und ermöglicht dadurch eine ordentliche und saubere Installation. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Crucial Ballistics BL2K16G. Bereiten Sie sich auf die nächste Evolution des Garming Arbeitsspeichers von Crucial vor. Die Produktreihen Crucial Ballistics und Crucial Ballistics Max verfügen über den hochwertigen Mikron, die brillantes RGB und dynamische Hitzeverteiler für maximale Leistung. Crucial so entstehen Legenden, dank XMP 2.0 Unterstützung und vordefinierten Profilen können Sie übertakten, um die maximale Leistung herauszuholen. Wählen Sie das JED-EC Standardprofil für normale Leistungen aus. Crucial arbeitet mit AMD und Intel sowie mit Motherboard-Designern und Systemherstellern zusammen, um sicherzustellen, dass die Arbeitsspeicher für die Hochleistung optimiert sind. Als Hersteller von Speicherbausteinen leistet Crucial mehr als nur Teile zusammensetzen. Sie optimieren die Leistung bereits in der Phase. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Arbeitsspeichertest ist der Patriot Memory Viper Elite. Elitäre Performance Garming auf hohem Niveau. Leistungsstärke Aluminium-Kühlkörper für eine schnellere Wärmeableitung und einen kühleren Betrieb. Aluminium-Kühlkörper in zwei Farben erhältlich, um sich Ihren Stil- und PC-Aufbau anzupassen. Kompatibilität Geste steht auf den neuesten Intel- und AMD-Plattformen. Übertakten leicht gemacht XMP 2.0 Unterstützung für automatisches Übertakten. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal.